Ah, ich hab das Kämpfer hier gefunden. So. Wir haben voll das schöne Haus. Man kann sich nicht beschweren. Hässlich. So, das ist das Holz. Ah, okay, warte, das muss ich erst mal verarbeiten. Äh, nee, nee, nee. Wo ist denn das Bauholz da? Sagen wir mal. Wird ein bisschen was übrig bleibt. So. Äh, ne, das ist Erde. Da, Bauholz. 615. Ähm, ja. Ich glaube, ja. Also Holz kriegt man relativ schnell zusammen. So, wenn ich jetzt... Aber wenn man Shift gedrückt hält, geht man auch nur. Okay, ich verstehe. Ähm. Ah, cool. Okay, interessant. Ja, ich lerne das Spiel kennen. Wunder dich nicht. Und da ist es Erde. Ich bin Michael Jackson. Moonwalk. no, 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 no. Aber, okay, ich muss zugeben, man kriegt zwar schnell Holz zusammen, aber man verbraucht es auch leider sehr schnell. Gerade wenn es darum geht, den Hintergrund zu bauen. Boah, okay, das ist... Das ist... Das ist... Wow. Ich hatte gerade noch 615. Jetzt habe ich eine Etage gebaut und habe 188. Das ist... Das ist sehr krass. Wo habe ich jetzt hier die Treppen? Boah, mit dem Inventar muss ich mich echt nur anfreunden. Ah, so macht man die Treppen... Ah, ich verstehe. Warte, warte, warte. Dann mache ich das anders. Dann mache ich das anders. Warte, warte, warte. Da ist doof. Da stehen ja jetzt die ganzen Sachen. Ah ja, warte. So. Und dann mache ich das jetzt von hier aus nämlich. Dann kommt das Campfire dann nämlich nochmal weg. Obwohl, das passt so gut zum Zelt. Ah, Mensch, Mensch, Mensch. Das ist ja auch doof. Hä? Ich muss noch lernen, damit umzugehen. Ja, was mache ich denn da? Äh. Okay. Warte. So. Ich habe es mir zu kompliziert gemacht. Ich verstehe. Man darf nicht gedrückt halten. Okay. Ja, man darf nicht gedrückt halten. Okay. Okay. Ja, man darf nicht gedrückt halten. Okay. 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 Cool. Fusch am Berg. Fusch am Berg? Ja, hast du gefuscht beim Bauen. Wer? Du. Wieso? Bei diesem Seiteneingang hier. Ach, Bauholz. Wo kommt denn jetzt das Bauholz her? Hier ist nichts. So. La, 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 la. Holztür. Holztor. Tor? Holzluke. Eine plumpe Luke. Cool. Eisentür. Eine einfache Eisentür. Zwei Glasglöcke. Ein Eisenbarn. Okay. So, was brauche ich denn für ein Holzbett? Ich brauche Gewebe. Gewebe? Wie kriege ich denn Gewebe? Oh Gott, warte mal. Gewebe. Kann ich denn hier? Gewebe, Gewebe, Gewebe. Gewebe. Gewebe, Gewebe. Holzkiste. G, 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 Gewebe, Gewebe, Gewebe. Muss ich das selber herstellen? Ach nee, warte, es gab... Ah, warte mal. Hier, da. Diesen Webstuhl. Da. Den werde ich brauchen. Mit dem Webstuhl können Kleidungsstoffe und andere handwerkliche Zutaten hergestellt werden. Okay. Äh, wo ist der denn jetzt? Ah, da. Der Webstuhl. Ich mach den mal nach oben. So. Gewebe. Pflanzen, äh, Pflanzenfasern. Cool. Ähm, wie viel kann ich herstellen? Acht. Dann mach ich auch mal alle acht. Ich brauche zehn für ein Bett. Oh, Menno. Boxhandschuhe. Jogginghose. Boah, Janek, ich will nie wieder was anderes spielen. Ich kann mir eine Jogginghose herstellen. Wie geil. Das spiegelt meine ganze Persönlichkeit wieder. Boah. Wenn du da fertig bist. Was wird das dann? Also du wolltest ja das mit dem Regen sammeln, ne? Ja. Hat das jetzt geklappt? Es regnet nicht, ich weiß es nicht. Okay, aber was willst du da machen? Außerdem bin ich ja noch nicht fertig. Ich will ja, dass der Regen sich hier drin sammelt. Okay, ja. Okay, interessant. Ja, mach du mal. Wie findest du das Haus soweit? Oh, ganz gut. Okay, warte. Soll ich diesen Seiteneingang hier verschwinden lassen? Ich meine, wir kommen ja eh eh nicht mehr raus, ne? Nee. Ja, gut. Ich weiß zwar nicht, wie du, glaube ich, da rauskommst. Ich kann leider diesen Schmetterling hier umbringen. Alter. Monster. Monster. Es war nicht, weil ich es wollte. Sondern, weil ich es musste. Klar. Ernsthaft? Ich konnte hier nicht bauen mit dem Schmetterling. Ach so. Ach so, dann kann ich ja jetzt die Treppe auch weiterführen. Ah. Aber ich weiß nicht, ob die... Ah, ich weiß nicht. Warte, wie hoch kann der... Wie hoch kann der Typ denn springen? Okay. So, jetzt muss ich das gleich nur nochmal auf der anderen Seite machen. Oh, ich hab keinen Bock mehr. Das war eine scheiße Idee. Hast du auf das Spiel keinen Bock mehr oder auf die Idee? Auf die Idee. Ach so. Ich dachte schon. Das Spiel ist so umfassend. Es ist... Oh. Aber nein, wir müssen jetzt echt mal was anderes machen. Ich meine, wir waren jetzt in Höhlen, haben so ein bisschen eingerichtet hier. Haben ein paar Dinge gefunden und ausgeliehen, die wir nie wieder zurückgeben. Ja. Wir brauchen jetzt eigentlich... Was ich hier gemacht hab. Finde die Arkane Energiequelle. Warte, ich lese mir das mal kurz durch. Der Anfang. Beendet. Okay, das haben wir hochfahren. Das haben wir gemacht. Das war ganz so Anfang. Davon wurde man gar nichts... Hat man gar nichts gesehen im Let's Play. Ich weiß, toll. Wir sind im Augenblick im Orbit, einer unbekannten Welt. Das Schiff ist schwer beschädigt und wir können den Orbit nicht verlassen. Ich schlage vor, du verwendest den Teleporter und suchst auf dem Planeten nach Vorräten und vielleicht einer Möglichkeit, das Schiff zu reparieren. Okay. Belohnung? Belohnungsbeutel. Ja gut, und jetzt ist die... Aber was? Jetzt ist die Frage... Nicht folgen. Abbrechen. Und beendet. Ja, aber jetzt ist die Frage... Wie... Wie mache ich das? Meine Vorräte haben wir ja. Wir sind eigentlich ganz gut versorgt. Ich könnte ein Feld... Ja, gut. Das mache ich. Ein Feld... Ja, ein Feld. Ein Feld. Ähm. Aber erstmal... Muss... Ah. Nein, es ist im Haus! Ich habe es eingesperrt. Lol. Content nur auf meinem Channel. So. Wir bräuchten hier mal einen Weg runter. Vielleicht baue ich das Haus so hoch, dass es einen Eingang hat, wenn du da oben mit deiner Regenmaschine fertig bist. Ja, wenn es überhaupt klappt, weiß ich ja noch gar nicht. Nee, ich finde es cool, dass du dich so vom Spiel auch faszinieren lässt. Das ist eigentlich... Aber wieso Regenmaschine? Das ist keine Regenmaschine. Ja, gut. Es ist... Kann man Wasser abbauen irgendwann oder selber machen? Äh, man kann einen Eimer herstellen und dann das Wasser daraus entnehmen. Also das Wasser einfach aufnehmen. Weil je nachdem könnten wir das Wasser dann ja auch hier reinfüllen. Ja, ja. Wir haben ja die Hoffnung, dass das Wasser hier reinfließt. Ja, und dann? Und sich dann halt komplett sammeln, dass wir dann hier so einen Wasserturm rum haben. Ah! Übrigens, da kannst du sterben. Ich habe es gemerkt. Aber ich glaube nicht, dass das klappt, oder? Ich habe keine Ahnung. Also vorhin hat sich das Wasser ja gesammelt. Das haben wir ja gesehen. Deswegen kam ich ja auf die Idee. Aber ich kann ja erstmal hier noch einen Steinblock hinpacken. Dass sich das Wasser hier drin sammelt und das dann runterfließen. Ist das Erde? Ne, das ist eine Holzkiste. Machst du hier wieder zu? Hier? Ich habe da... Ich habe da... Das hast du da aufgemacht. Da lag was. Ich wollte das haben. Ja, da lag Erde. Ja, ich weiß. Jetzt hat es aufgehört zu regnen. Alter! So, ich baue jetzt ein Feld. Ich fange mal an zu buddeln. Terraforming, yay! Hilfst du mir, oder? Terraforming ist scheiße. Hä? Hilfst du mir? Wobei? Ja, Felder. Ja, man muss halt hier erstmal eine Ebene und so. Sonst kannst du halt keine Felder bauen. Das heißt, wir müssen ja jetzt den ganzen Bergabt tragen. Frau, du bist so schlecht. Ich leuchte, du kämpfst. Was? Hehehe. Aua. Weißt du, du lachst, rennst rein und nimmst Schaden. Ja, ich weiß. Ich bin schlau. Ich glaube, ich mache mich auf die Suche nach dieser Arcane-Energiequelle. Ja, oh ja, das wäre super. Ich habe keine Ahnung, wo man die finden soll. Ich weiß es wirklich nicht. Ich habe so weit nie gespielt. Ich würde mich einfach mal nach unten. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ich meine, ja. Treib. Was heißt denn Arcane-Energiequelle? Also, wenn man das jetzt... Ist ja Fachhochdeutsch, wenn man so will. Was würde das denn übersetzt bedeuten? Ich würde vermuten Öl oder sowas. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Raumschiff mit Öl läuft. Ja, Treibstoff halt. Ja, ich kann Ahnung, womit fährt ein Raumschiff... Also, das heißt ein Raumschiff. Raketen. Denk doch einfach ans echte Leben. Raketen. Womit fahren Raketen? Das ist auch Treibstoff. Ja, und was für ein Treibstoff? Wo soll ich das wissen? Ja, irgendeine Art Benzin wahrscheinlich. Würde ich jetzt mal behaupten. Oder nicht? Aber müssten wir das nicht theoretisch auch craften können? Weil das ist ja ein Gemisch. Ja, gut. Aber... Ich glaube, irgendeine Grundzutat werden wir ja brauchen. Ja, doch. Irgendwas. Da habe ich ein Problem. Achso, ich linksklick hier. Haha. Ich hoffe, der Vogel tut mir nichts. Da, wo du jetzt reingegangen bist, ne? Da kannst du nicht wieder zurück. Ich baue hier gerade alles zu. Ich weiß sowieso nicht mehr, wo ich bin. Also, das ist doch... Achso, ja gut. Ich renne, ich renne, ich renne, ich renne, ich renne, ich renne. Und ich bin tot. Scheiße! Ja, warum? Was hast du? Bist du auf irgendwas gestoßen? Ich bin nochmal so ein Hive-Ding reingefallen. Achso. Warte mal, kann ich die auch hier... Lol. Was denn? Ich kann meine abgebauten Sachen auch im Raumschiff bauen. Ja, natürlich. Ja, aber du hast halt da nicht so viel Platz. Also, für mich stand das gar nicht erst zur Frage, ob wir auf dem Raumschiff bauen oder halt hier. Ey, du bist so Mob-geil. Ähm, Loot-geil. Mob-geil. Ja, wegen Mob-Bloot, aber... Ein Schmetterling! Töten wir ihn. Noch einer! Wo siehst du denn hier Schmetterlinge? Die spawnen immer mal wieder. Oh, die Sonne ist voll schön. So, geh ich gerade auf oder geht sie unter? Okay, rolling. Was? Geht die gerade auf oder geht die unter? Sie ist da. Also, weder noch. Ich glaube, es ist Mittag. Oder sie geht auf. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Du kannst Bomben machen. Ich weiß, dass ich Bomben... Ja, okay. Und dann? Achso, als Waffe oder wie? Der alte Typ sagt mir gerade, ja, wenn du Bomben machen willst, nimm dir ein paar der Kernfragmente. Ja, welche Kernfragmente? Wir haben doch nichts. Die wir in den Kisten hätten finden sollen. Die wir hätten finden sollen. Warte mal, ich probiere mal gerade was aus. Es regnet ja jetzt schon wieder. Sammelt sich da oben Wasser? Also, hier nicht. Okay, warte. Nee. Aber hier regnet es auch irgendwie nicht. Doch, doch, klar. Hier regnet es. Das sieht man nur so schlecht. Ich glaube, es sammelt sich nur da Regen, wo schon Wasser ist, oder? Das macht keinen Sinn. Nee, hier ist nichts. Also, hier regnet es eindeutig rein. Aber es passiert nichts. Hm. Keine Ahnung. Oder nur mit bestimmtem Material. Obwohl, das ist Erde. Und das hier ist Matsch. Das Wasser hier sammelt sich auch bei Erde. Ja, ja. Das macht eigentlich keinen Sinn, warum das nicht gehen sollte. Na, du scheiß Drecksvogel. Ich habe gerade einen Monster durch den herabfallenden Baum getötet. Bock auf Chicken McNuggets. Oh nein. Jetzt kommt die ganze Familie. Oh, es kann nicht wieder zurück. Oh. Oh, oh. Oh, ey. Ernsthaft. Alter, ich habe hier irgendwas gefunden, was ewig... Heavy Stonebrick. Okay. Hier sind Vögel. Ja. So töte ich die jetzt. Ich glaube, das Spiel ist nichts für mich. Ernsthaft? Töte wilden Tiere. Äh. Okay. Tschüss, bis nächste Woche. Warte, wie lange nehmen wir jetzt schon auf? Warte, diese Aufnahmerecession geht jetzt für eine Stunde und davor habe ich, glaube ich, 45 Minuten aufgenommen. Also, vor dem kurzen Break. Warum gucke ich in die Cam? Oh, das Monster steckt fest. Hä? Da war gerade Wasser. Das ist weg. Ähm. Ich habe Wasser abgebaut. Hast du es auch, äh, aufgenommen? Nein. Es war einfach weg. Ist... Noll. Okay. Keine Ahnung. Alter, hier sind grüne Vögel. Ja, da... Doch, der eine war gerade auch grün. Ja, aber hier ist ein richtiger Schwan. Geil. Nur auf meinem Channel. Lebendige Wurzel. Äh. Ne, so genau wollte ich es jetzt doch nicht wissen, Spiel. So, ich muss jetzt erstmal ein paar Sachen anpflanzen. Das geht ja so nicht. Mais. Achso, das kann man nur essen. Äh, hier habe ich die Samen. Äh, wo kann ich die denn... Ich kann die hier nicht platzieren. Warum kann ich die hier nicht platzieren? Das ist doch normale Erde. Achso, ich brauche jetzt eine Hacke. Ja, stimmt. Das heißt, ich muss mehr Werkzeuge herstellen. Und dafür brauche ich wiederum irgendeine Werkbank. Du hast auch schon lange eine Werkbank. Ja, ja. Warte. Ich habe eine Kiste gefunden. Also eine richtig heftige Kiste mit Manipulatoren. Boah, geil. Nimm auf jeden Fall mit. Ich nehme die Kiste an sich auch mit. Ja. Ähm. Also, das ist nur dieses Dingens hier. Hier. Werkzeuge. Wo kann man sich denn... Ich weiß nicht... Wir haben ja... Wir haben Webstuhl nicht. Ich habe keine Ahnung. Hä? Wie man sich... Kann man doch leveln und stärker werden oder so? Ja, durch Sachen. Also, wenn du Items findest, Rüstung und so, hältst du halt mehr aus und machst mehr Schaden. Ich glaube, ein Levelsystem an sich gibt es nicht. Es gibt ja auch keine Erfahrung, wenn du Monster killst. Gibt es ja auch nicht. Was habe ich denn hier? Warte mal. Blaues Blütenblatt. Oh, schön. Lebendige Wurzel. Kohle. Kupfererz. Äh, warte. Das Kupfererz. Das... Warte mal. Oh. Ach, aus einem... Ach, aus zwei Erzen kriegst du ein Barren. Okay, das ist aber... Hat der Material vorhanden? Wie kann ich mir denn Werkzeuge machen? Ich meine, ich brauche ja eine Hacke für das Feld. Mini-Kühlschrank. Klar. Kupferkiste. Klar. Große Holzkiste. Das haben wir ja. Wir müssen ja alles... gelieren. Warte, Holze... Warte, 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 warte. Amboss. Amboss brauchen wir. Für, für... Oder? Ja, das ist das Einzige, was ich noch nicht habe. Eisenbarren. Hast du Eisen? Äh, weiß ich nicht. Moment. Ich habe... Weil ohne kann ich keine Hacke machen, glaube ich. Hey, Kale. Dann gehe ich in eine Höhle. Also ich habe... Ja, ich habe Eisen. Wie viel? Äh... Weiß ich nicht. Steht eigentlich immer dran. Oder steht da keine Zahl? Machst du ein. Machst du ein Erz. 25? 20? 20. 20. Dann kommen wir schnell Leute zu mir. Oder soll ich... So weit weg, ey? Nein, ja, warte, dann... Warte, dann... Dann machen wir es anders. Ich biege mich zu meinem Schiff. Biege mich zu dir. Und dann kann ich ja wieder zurück. Wir sind ja direkt am Eingang des Planeten. Haben wir ja gebaut. Warte mal, jetzt muss ich hier... Dann zu dir. So. Voila. Cool. Oh, es sind Vögel. Ja, habe ich doch gesagt. Ja, die kannst du abschlachten. Ja, ich will Chicken McNuggets. Chicken McNuggets. Aua, aua. Das McNugget hat mir wehgetan. Wo bist du? Such mich. Du bist da drin. Buh. Ah. Okay. Grüne Vogel. Ja, habe ich doch gesagt. Grüne Vogel. Ja, aber der war vorhin auch bei mir. Also, am Haus. Als ich das Feld gebaut habe. Aber die tun eigentlich nichts. Ich glaube, die sind böse, wenn sie dir zu nahe kommen. Oder wenn sie... Also, nein, nein, nein. Sie sind erst böse, wenn du sie schlägst. Oder so. Ja, gut. Gibt es nur das Eisen? Ich habe mich ausprobiert. Ah, das ist Kohle. Ich weiß. Ne, geerdeter Rücken-Schild. Achso, ja. Ich sortiere es ein. Gib mir mal deinen Müll, dann hast du ein bisschen Platz. Ich finde diese Lichteffekte von denen so geil. Das ist der Hammer. Silbererz. Vier. Toll. Ach, ne, Eisen. Ja, Eisen. Eisen gesagt. Eisen sind 20. Eisen sind Kupfer. Okay, ja, okay. Dann, ähm, ja. So, und jetzt, jetzt ist die Frage, auf welchem Schiff bin ich denn jetzt?